Hi, ich bin Saki. Ich habe euch in der Vergangenheit ja schon einige militärische Rucksäcke von der Firma Savotta vorgestellt. Das Daypack Jäger Mini, den Tagesrucksack Jäger 2 und auch den Schwerlastrucksack LJK Modular. Also eigentlich schon für jeden Einsatzbereich das richtige Rucksackmodell, aber eben nur fast, denn in der Größe Trekking-Rucksack, da würde noch einer fehlen. Und das werde ich heute nachholen. Heute stelle ich euch den militärischen Trekking-Rucksack Grenzjäger vor. Der Grenzjäger fügt sich designtechnisch perfekt in die Jägerfamilie ein, denn er sieht aus wie der große Bruder vom Jäger 2 und vom Jäger Mini. Ist aber auch um einiges größer, denn es handelt sich hier um einen Rucksack mit 40 bis 55 Litern Volumen. Er ist eine Weiterentwicklung des Savotta-Klassikers Border Patrol aus den 80er Jahren, der heute noch beim finnischen Militär im Einsatz ist und aus den dabei gemachten Erfahrungen wurde dann der neue Grenzjäger entwickelt. Der Grenzjäger ist kein Leichtgewicht, er bringt 2,38 Kilo auf die Waage inklusive der integrierten Innenrahmenkonstruktion aus Aluminium, welche zum Tragesystem dieses Arbeitstiers gehört. Höhe zwischen 60 und 80 Zentimetern je nach Einsatzart, Breite 31 Zentimeter und Tiefe etwa 22 Zentimeter. Designtechnisch passt er perfekt zu den anderen Rucksäcken, die ich von Savotta vorgestellt habe. Olivgrünes und extrem robustes 1000D Cordura, welches innen zur Abdichtung auch wieder PU-beschichtet ist und eine große Anzahl von Molleschlaufen rundherum, wie es sich für einen militärischen Rucksack gehört, um ihn maximal modular zu gestalten. Auf der Front, an den Seiten, am Deckel sowie auch am Schultergurt und am Hüftgurt. Zusatztaschen und Halterungen sind hier also gar kein Problem. Jede einzelne Molleschlaufe hält laut Herstellerangaben eine Zugbelastung von mindestens 100 Kilo aus. Der Grenzjäger besitzt trotz seiner Größe eine schöne schlanke Form und ist daher auch in anspruchsvollem Gelände gut handelbar. Durch die vier seitlichen und die zwei Hauptkompressionsriemen hier vorne, die fast komplett um den Rucksack laufen, kann auch weniger Beladung gut fixiert werden. Die Riemen sind aber auch lang genug, um Zusatzausrüstung außen am Rucksack befestigen zu können. Der Packsack ist durch ein einfach zu bedienendes System in zwei Fächer teilbar, unten typischerweise für den Schlafsack, der dann durch diesen großen Doppelreißverschluss zu erreichen ist. Der große Packsack besitzt oben einen wasserdichten Rollverschluss, welcher den Rucksack auch von 60 auf 80 Zentimeter Höhe erweitert, wenn das vonnöten ist. Zusätzlich gibt es auch noch eine Deckeltasche mit innenliegender Reißverschlusstasche. Der Deckel ist höhenverstellbar, was ein Überpacken erleichtert oder um sperrige zusätzliche Ausrüstung zwischen Packsack und Deckel zu transportieren. Innen im Packsack findet sich ein Zusatzfach im Rückenbereich, welches durch einen Klettverschluss verschlossen wird. Darin findet sich der stabile Alurahmen des Tragegestells. Hier kann zusätzlich aber auch noch eine Trinkblase untergebracht werden. Eine Halterung dafür findet sich direkt über den Klettverschlüssen. Der Ausgang für den Trinkschlauch ist hier zu finden. Für einen solchen Transporter wünscht man sich natürlich eine gewisse Polsterung am Tragesystem, auch wenn es sich um einen militärischen Rucksack handelt. Und auch hier hat Savota vorgesorgt. Ultrarobuste, jedoch angenehm zu tragende Polster auf der Innenseite der Schultergurte und des Hüftgurts, ein Polster für den unteren Rücken und zwei Polsterschienen direkt am Rücken, die wohl auch noch eine gewisse Luftzirkulation ermöglichen sollen. Das komplette Tragesystem fühlt sich insgesamt sehr, sehr robust an, was sich bei einem Savota-Rucksack dieser Serie aber auch nicht anders erwartet hätte. Der Hüftgurt kann übrigens auch komplett abgenommen und zusammen mit Zusatztaschen einzeln getragen werden. Hier oben noch Lageverstellriemen und etwas tiefer natürlich ein Brustgurt. Ja, das ist der Savota-Grenzjäger. Kein Rucksack für die durchschnittliche Trekkingtour, sondern ein treuer Begleiter für anspruchsvolle Nutzer, wenn es eher mal hart zur Sache geht. Macht's gut!